Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft mit der Stray Melodie. Für die Ziege haben wir immer noch keinen Namen hier. Müssten wir noch überlegen wie nennen wir die. Vor allem ich hoffe die bleibt auf uns hier erhalten. Dass sie uns genau das jetzt nicht nach macht. Wir sind ja hier eh angedockt also. Haben wir oben noch Wasser? Ja wir haben hier Wasser. Wir haben genug Wasser. Dann müssen wir eben damit wir hier auch auf die Insel gehen können. So Metallspeer genau tauschen wir einmal um. Den Bogen hier hin. Und dann die Steinpfeile nehmen wir mit. So was haben wir noch hier? Baupläne, Baupläne. Brauchen wir noch irgendwas von hier? Die Pinsel brauchen wir definitiv nicht. Das ist die falsche Kiste. Hier war das. So pack mal hier rein. Hier waren Ressourcen. Ja hier brauchen wir nichts. Ne dann haben wir erst mal erstmal soweit alles. Was haben wir hier noch? Den Treibstoff? Äh so genau hier. Dann würde ich sagen wir riskieren es einmal auf die Insel zu gehen. Ich hoffe unser unsere Ziege bleibt hier. Ich finde es krass, dass wir hier einfach so gegen geknallt sind. Bitte Ziege bleibt hier ja. Was dachte ich denn da vor? Ne bitte hier bleiben ja. Ansonsten pack ich dich gleich in den Keller. Ne lieber nicht. Kann sein, dass wir uns eine neue Ziege holen müssen. Oder später. Ähm. Ich komme hier kaum durch. Okay. Ich muss hier springen damit ich schneller vorankomme. Das ist interessant. Ich hoffe wir finden unser Schiff auch wieder. Ich habe hier gar keine Map. Wir sind echt langsam hier. Ich bin schon auf die Springtaste. Kann es sein, dass wir hier erfrieren? Äh. Ich laufe geradeaus. Hallo. So. Äh. Ich hoffe das wird nicht diesbauen oder so. Unser Schiff. Jetzt. Das ist noch gut. Das uns hier erhalten bleibt. So. Was haben wir hier? Benutzen. Geil. Yo. Ein Eisbär, ok. Älter. Boah wie geil ist das jetzt? Die Musik passt auf perfekt. Aua. alter wie geil da haben wir was das war jetzt aber geil dass wir damit fahren können was haben man hier glütigen was okay dann dann lassen wir mal ich habe so ein gutes gefühl dabei wir fahren mal dahin hier haben wir schon das nächste und da haben wir schon die erste hütte also und noch ein eisbeeren der auf uns zukommt okay geil dass mich diese bodie unter den füßen einkraft das heißt ich habe jetzt keine andere wahl als hier durchzugehen okay dann schwimmen wir mal ich hoffe wir verlieren hier nicht auch in der lief nun wieder da kommen wir nicht durch kann ich irgendwo luft schnappen irgendwo da ja da kommen wir raus so der angler fisch ist weg und hier kommen wir hoch liegt was verkaufsautomaten marken nice das finde ich jetzt super dass wir wieder ein paar verkaufsautomaten äh marken bekommen haben und hier nehmen wir mit und hier nochmal zwei nice jetzt bin ich gespannt was wir hier kaufen können hinweis ok das müssen wir ruhig nehmen drei von vier temperance Geräusch vielleicht wir brauchen das jetzt ich Doctor nicht das wäre ja in den wir brauchen wir die sind Wiel die 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 Wir warten eben... Ah, jetzt können wir. Noch eine neue Notiz. Zwei von vier, drei von vier, okay. Ah, hier ist noch eine Münze. Zwei von hier oben noch welche sehen. Können wir das da aufmachen? Warte mal. Ich glaube, das können wir nur von hier. Rezept Sushi. Sushi haben wir ja schon. Ähm. Und jetzt. Zwei The Spear. Vier von vier. Ach, The Anchor. Warte mal, gibt es hier. Warte. Ginoziden, Raffinonita, aber ich glaube, wenn wir unten... Jo, okay, hier ist wieder heller. Von unten haben wir irgendwo noch eine Notiz. Übersehen, wo geht es nochmal hier runter? Irgendwo hier, oder warte. Ah, okay. Und da oben ist auch noch einer. So, da muss hier noch irgendwo noch eine Notiz sein. Gehe ich mal von aus. Also wir Zweifel, dass es hier ganz unten ist. Und da hat man ja die erste. Oben ist nicht zu sehen. Lens of Price. Schöne Bilder auf jeden Fall. Hier gibt es jetzt keine anderen Bilder, die was mit den Sternen oben zu tun haben. NKS 8. Ach, hier geht es auch noch hoch. So, The Schar. Ah, und da haben wir noch eine Notiz. Nein, noch ein Hinweis. Henry. Okay, irgendwo... Okay, irgendwo... Da haben wir den Shark, da oben. Alter. Was für geile Sternenbilder hier sind. Aber jetzt suchen wir eben... Anker war ja das. Hier den Speer. Das ist nicht der Speer. Ich raff doch nicht, was ich hier jetzt genau mache damit. Das sieht noch ein Speer aus. Nee. Warte mal. Erst das. Dann wahrscheinlich das da. Dann... Das und da. Ne, das passt dann auch wiederum nicht. Dann wären das 6 und nicht 8. Oder hier der Ei, der muss Peter ge... Also... Und hier der Seagull. Ich raff das noch nicht. Ich raff es nicht. Hier können wir auch erst mal 1000 Codes versuchen. Ich raff es nicht. Auch nicht. 6, 2, 3... 7 machen wir mal. 1, 5, 9 und dann die Null. Ok, es läuft nicht so wie ich das mir hoffe. Egal, wir gehen dann erstmal weiter. Vielleicht finden wir noch irgendwie ein Code oder so, wie wir das dann lösen müssen. Noch raffe ich es nicht. Mit dem Observatorium. Muss ich hier nochmal runterfallen, will ich jetzt nicht. Alter, so tief sind wir jetzt gefallen. Bitte bleibt weg. Weg! Oh nein! Autsch! Sorry, ich häng hier fest. Nehmen wir einen neuen. Aua! Schnell weg! Autsch! Aua! Oh nein! Lass mich am lieben! Oh nein! Toll! So, wo muss ich hin? Ist du noch hinter mir her? Aua! Aber das Ding ist gleich rot. Autsch! Nein! 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 Okay, den verlieren wir. Ah, da hinten muss ich hin. Ah, hier ist noch so ein Turm. Mit dem war ich jetzt noch gar... Und da ist der Bär schon wieder. Oh, wir haben wieder Durst. Zu essen haben wir jetzt, glaube ich, nix an einem Tag, oder? Wir können dann Papier essen. So, was müssen wir damit machen? Ich bleibe mal ein bisschen schwer. Halte die Taste zum Aufnehmen von Schwungkabel gedrückt. Dann ist ja auch noch einer. Muss ich die alle irgendwie jetzt machen? Und ich habe jetzt nix zu essen mitgenommen. Ich glaube schon, dass wir die alle machen müssen. Jo! Nein, bitte! Können wir den Bären essen? Okay, der ist doch einfacher als ich gedacht hatte. Besser als Mama Bär. Einfacher als Mama Bär. Definitiv. So, haben wir noch mit diesem Leder und rohes Fleisch. Ich glaube, wir haben irgendwo hier die Möglichkeit zu kochen. Ich würde jetzt ungern rohes Fleisch essen. So, den hatten wir. Und da hinten ist ja noch einer. Wir hätten aber da hinten irgendwo noch einen übrig gelassen, oder? Vergessen. Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo einer fehlt. Dort am Observatorium ja nicht. Aber wir gehen mal den Türmel hier, den Sandetürm mal entlang. Alter, das ist jetzt ein riesiges weitläufiges Areal. Also, so riesig hatten wir jetzt, glaube ich, noch keine Insel gehabt. Ist das hier die Antarktis oder so? Was noch davon übrig ist, sagen wir mal? Weil ist ja schon viel hier eingefroren, also geschmolzen, sagen wir mal eher. Ja. Ah, wir sind wieder hier. Ich hoffe, der sieht mich jetzt. Nee. Der geht jetzt da hin zum Turm. Verdammt. Ja, komm. So, jetzt haben wir den auch. Ich glaube, wir müssen uns gleich erstmal wirklichen rohen Fleisch ernähren. Rauschen da. Also, definitiv noch neul. Eisholundeit. Eißabischer Kastby. Willst du ihn einfach abgeschraubt? Wichtigen. Wer ist denn aus? Dieses ein bitmeralnder? Ein wenig weiterenOULD-Überchn환. Ein bisschen, was genau? Schade, aber naja, da unten gibt es nichts, aber hier haben wir wieder einen neuen Turm und eine ganze Siedlung, was haben wir da oben, ah ok, das gehört zusammen, ah und hier haben wir wieder so ein Ding, nice, nehmen aber erstmal hier das Kabel raus, ist mir schon wichtig das Kabel hier rauszunehmen, so zweimal Stromkabel, wie viel haben wir jetzt davon, acht, acht Stromkabel haben wir, und können wir hier, ne da ist wieder so ein Blut, die sieht man schon, hier, keine Ahnung, ob wir da jetzt noch schaffen rein zu können, so, aber jetzt bin ich gespannt, was es hier so gibt, ob wir in die Häuser hier rein können, und ich hatte gedacht, gab schon hier, äh, Tangaroa wäre riesig, aber anscheinend können wir ja nicht hier rein, ok, so, was haben wir hier, Kabel ziehen, aber wohin? Ah, ich kann die alle miteinander verknüpfen, so, wo kann ich noch einen verknüpfen? hier muss auch irgendwo was sein, ich glaube von hier nicht mehr, ich glaube das ist von der breiteste, aber da hinten irgendwo, hier das sieht auch noch so aus, Kabel ziehen, ja, das können wir da hinpacken, komm, ne, anscheinend nicht, wo muss ich hin damit? Da hin, da ist eine Münze, die nehmen wir sofort mit, das können wir nicht mitnehmen, warum, warum können wir das nicht mitnehmen? Okay, hier ist wieder zu kurz, was mit da hinten? Können wir die miteinander verknüpfen? Ja, aber hier wahrscheinlich, ja, da habe ich noch genug Kabel, einen haben wir noch, keine Ahnung, ob das reicht, was ich hier habe, was ich vorhabe, wir brauchen mehr Kabel, wir haben keine Kabel mehr, oder ich habe hier Bockmess gebaut, kann auch sein, benötigt Stromkabel, ja, wir benötigen alle Stromkabel, das heißt, wir müssen mehr Kabel finden, oder finden, die Frage ist, wo finden wir die anderen? Ich gehe mal weiter, irgendwo müssen wir doch was finden, ist ja schon ein riesiges Areal, obwohl, ne, hier ist schon Ende, da haben wir wieder die Eischolle, also da hinten ist unser Schiff, die agonische Meile, auf jeden Fall, irgendwo da, okay, ist aber doch nicht so groß, wie ich jetzt erwartet hatte, ist immer noch riesig, aber doch nicht so riesig, wie ich es geglaubt hatte, da hinten haben wir auch noch irgendwo einen Turm, ich glaube da, ja, da hinten, dann müssen wir da hin erstmal, die hatten wir ja schon, so, gehen wir mal da hin, da hinten habe ich einen, da, also das fehlt, oder war es da? Boah, ich bin mir jetzt nicht sicher, den hatten wir, den hatten wir, da hinten weiß ich jetzt nicht, aber wir müssen dann erstmal da hin, ich glaube der fehlt, dann geht es hier auch noch weiter, oder nicht? okay, ist immer noch sehr, sehr riesig hier, hatten wir den schon? ja, den hatten wir schon da hinten ist auch noch einer wir klappern die jetzt erstmal alle ab so ich sehe hier jetzt keine Bären ja, hier sind direkt zwei ich glaube, hier waren wir schon ja, hier waren wir die andere Richtung gehen sollen, da waren noch welche wohl den, wenn wir jetzt nicht sicher, ob wir den hatten doch hatten wir schon doch, hatten wir schon na so hä? alter, was ist da hinten los? da müssen wir hin und was ist das da? ist das von gerade eben, wo wir vorhin versucht hatten, runter zu kommen? ja, hier waren wir noch nicht, da haben wir wieder einen Eisbären ja, der hier fehlt ja, komm gib mir dein Fleisch du wirst nachher gegessen oh komm so, und jetzt so heute gibt es Eisbär okay, dann haben wir hier nochmal zwei aber das da alter das ist krass okay diese Insel ist wirklich riesig wir brauchen gleich auch noch wieder ein paar Sperre warte kann ich hier noch so ein Ding machen nee, da fehlt mir noch Metallbahn toll so komm ähm äh ouch okay jetzt haben wir den wo ist mein Pfeil? komm so so und hier äh äh da will ich wohl auf jeden Fall so 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 jetzt wieder die so so und jetzt wieder die Morrowind Musik da will ich gleich hin so 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 wie müssen wir gleich definitiv nochmal zum Schiff unsere Essen holen noch mal Trinken nachfüllen alter werde jetzt aber ordentlich gefressen anfeilen so und dann würde ich sagen gehen wir in der nächsten folge mal da hoch und schau mal die radioaktiv versorgt die jetzt gleich werden vielen dank dass sie wieder mit dabei war ich bin euer max deus und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020